Überfall! Mach keinen Scheiß und räum die Kasse aus! Was glaubt ihr, was ich hier verdiene? Äh, Jungs, ich hab da mal ne Frage. Also, diese Windeln musst du ja... Du Panne? Verpiss dich, das ist ein Überfall! Geht nicht. Erst muss ich mal ne kleine wickeln. Ich krieg diese Dinge einfach nie richtig zu. Du etwa? Wie denn so eine im Betrugsdezernat, hm? Ich meine, M-I-K, S-I-K und... Die Hälfte der Abkürzungen hab ich noch nie gehört. Eine Elite-Polizistin eben. Hier bei uns. Ist das Ihr Kind? Wieso hat mir das keiner gesagt? Ja, wir sind Ihnen total dankbar, dass das mit der Stelle hier geklappt hat. Also in meinem alten Job mit der Kleinen. Das wär echt nicht gegangen. Willkommen in meiner Welt, Frau Klug. Hier braucht man Geduld und eine hohe Frusttoleranz. Tja, so schnell kann's gehen mit dem Abstieg, junges Fräulein, was? Wie bitte? Gestern noch die angehende Ärztin gespielt und heute doch nur... Polizistin. Jetzt hören Sie mir mal gut zu! Sie kleiner, arroganter, bornierter, dummer, aufgeblasener Medizinerarsch! Herr Sonntag hat nur das Dezernat verteidigt und zwar sehr tapfer und sehr heldenhaft und... Schluss jetzt verdammt! Was? Hören Sie gefälligst auf mich zu verteidigen! Dann tun Sie es doch selber! Will ich ja! Wenn Sie nur endlich einmal die Klappe halten würden! Huah! Hey Leute, das glaubt ihr nicht. Die zwei Flachzangen hier wollten im Kiosk überfallen und sind von einer total irren Frau in Nullkommanix mit einer Windel verprügelt worden. Dann könnte gleich mal meine Schwester ist wieder in der Stadt. Danke nochmals an diese Kofferriere oder Kofferriere? Untertitelung des ZDF, 2020